So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Der Axando Raid Day ist vorbei, 11 bis 14 Uhr war der Raid Day, man konnte Axando Raiden, das Pokémon ist vollkommen neu ins Spiel reingekommen und war direkt auch als Shiny verfügbar. Manche Leute hatten da mega viel Glück, manche hatten extrem viel Pech, wie ich so mitgekriegt habe. Ich möchte euch jetzt meine Ausbeute zeigen, wie viele Raids ich gemacht habe, was mein Bestes ist, wie viele Shinies dabei waren, ein paar Eindrücke geben, was sonst noch so abging und was mir aufgefallen ist. Und bevor wir zum Axando kommen und der Ausbeute, möchte ich auch endlich mein Elekit abholen. Ich habe es noch nicht abgeholt, es ist ja immer noch die Spezialforschung, ein intuitiver Held aktiv. Die kann man ja anfangen und jederzeit zu Ende bringen, es ist eine Spezialforschung, genau. Die müsst ihr nicht im Event zu Ende bringen, habt ihr ewig Zeit. Ich gucke auch, dass ich auf allen anderen Accounts, auf den kleineren Accounts, diese Spezialforschung mache, weil das Elekit mit dem Armband ja shiny sein kann, wenn man nur einmal die Möglichkeit hat, das als shiny zu bekommen. Und wie ich gesehen habe, kann man das leider auch entwickeln. Das heißt, die richtigen Hardcore-Spieler brauchen also drei shiny Elekit von diesem extrem seltenen, kostümierten Elekit, um die Familie voll zu haben. Und das ist so krank. Was würdet ihr also machen, wenn ihr ein shiny Elekit habt? Mit Armbinde. Würdet ihr das als Baby lassen, würdet ihr das entwickeln, komplett, weil es dann am genialsten ist und dann die Armbinde auch am größten, man es also am besten sieht. Dieses Charnera ist noch aus der Belohnung davor gewesen, mit drei Sternen. Und jetzt kommt hier die Endbelohnung. Hier ist das Elekit drin. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich komme jetzt erst das erste Mal drauf. Ist es ein gutes? Ist es ein schlechtes? Ist es ein shiny? Ist es was anderes? Es ist auf jeden Fall kein shiny. Es hat 492 WP. Wir holen es jetzt ab. Wir töten es jetzt mal ein. Ist auf jeden Fall ein mega seltener Anblick, denn die Babys schlüpfen nur aus Eiern. Und hier habt ihr eins im Fangbildschirm und könnt damit ein Pokeball drauf werfen. Am besten ihr nehmt den Elekit-Ball. Hier ausgewählt. Der sieht nämlich genauso aus wie das Elekit. Wir fangen es und schauen, ob wir hier wenigstens ein paar gute IV bekommen. Wenn das jetzt ein Hunderter wäre. Ich habe glaube ich noch kein Hunderter Elekit. Müsste ich es aber auch so lassen. Ihr könnt das weiterentwickeln. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und es hat natürlich nur zwei Sterne. Es ist wieder der größte Rotz Elekit mit dem Sticker auf dem Arm, den kaum jemand sieht oder erkennt. Und dann überspringen wir kurz mal hier noch das Geräte. Holen noch hier die restlichen Sachen ab. Da gibt es noch überall Bälle, Staub und EP. Damit wir eben diese Spezialforschung komplett fertig haben. Warten dann auf die nächste, wo es auch Ponida gibt. Und schauen jetzt mal in den Beutel. Da seht ihr schon Aksandor. Ganz viele Aksandor. Was ist denn da los? Was ist mit Aksandor los? Fragt ihr euch? Ich kann gleich vorweg sagen, ich habe beim Samyang Bulldog Account exakt 10 Aksandor Raids gespielt. Und habe dort kein einziges Shiny bekommen. Das Beste ist, ein 91er gewesen oder so, aus 10 Raids, kein Shiny. Jetzt gebe ich hier extra mal Aksandor ein, damit ihr seht, die Zahl Aksandor 28. Wir haben insgesamt also 28 Aksandor Raids auf dem Hauptaccount. Was wir jetzt natürlich auch sortieren können nach Pokédex Nummer. Dann seht ihr nämlich die schlechtesten unten. Das allerschlechteste ist dieses hier. Mit zwei Sternen, 2, 10, 13 in der Nähe von Karlsruhe, Baden-Württemberg. Und das ist genial, weil ich habe einen einzigen Fanrate gespielt, damit ich mir dann die Box kaufen kann. Bei Hannes, mein Name, bin ich reingegangen, habe den mitgemacht. Und das ist das schlechteste von 28 Stück. Aus 28 hat Hannes, mein Name, also der Honey Mew, mir das schlechteste Aksandor gegeben. Das Beste, ja 17, 56 ist dann das Lucky gewesen. Das Beste hier oben mit 22, 35 ist ein 96er mit 15, 13, 15 aus Meiningen, Thüringen. Da ist männlich und weiblich dabei, wie ihr seht. Das ist das Männliche, das ist das Weibliche. Dann seht ihr ja schon dazwischen, Shiny ist auch dabei. Das war halt grün, das glänzt. Das hat diese großen Blätter, Keile, Äxte, Sicheln. Und was auch toll ist, ich habe sogar ein Lucky Aksandor. Grüße gehen da raus an die Karin Suel. Die hat mir das nämlich getauscht. Karin Siemer, Westerröhenfeld, Schleswig-Holstein, Deutschland. Sodass ich auch den Lucky Eintrag von Aksandor habe, ist ein 3-sterniges mit 13, 12, 12. Wenn wir jetzt also auf den Pokedex an sich gehen, sehen wir männlich, weiblich, Shiny und Lucky. Alles ist eingetragen. So sieht der perfekte Pokedex Eintrag aus. 28 gesehen, 28 gefangen, ein Glücks. Fertig, mehr ist es nicht. Sieht eure auch so aus, so muss das bei mir aussehen. Wenn ein neues Pokémon da ist, immer gleich einen Lucky Trade machen. Im Mirror Trade am besten. Sie wollte einen Hisui Sneeble, wo ich nur eins hatte aus der GBL-Belohnung letztens, was ich weggeben konnte. Das hat gepasst. Ansonsten seht ihr hier nochmal den Unterschied. Das normale ist gelb, das Shiny ist grün. Ich bin ganz zufrieden. Wie viele Shinies habe ich jetzt aber bekommen, wenn wir noch Shiny eingeben? Mit dem Axander Schillern sehen wir vier Stück. Vier Shinies aus 28 Raids. Ich finde, das ist ein guter Durchschnitt. Es gab Leute, die haben 27 Raids gemacht, bis sie das erste Shiny überhaupt bekommen haben. Ich habe von einem gelesen, der hat 68 Raids gemacht und immer noch kein Shiny. Und dann gibt es Pupsi zum Beispiel. Die hat auf dem einen Account sieben Raids gemacht. Die sieben freien Pässe. Also sechs von heute plus den einen von gestern. Man konnte ja fünf zusätzliche kriegen zu dem freien Pass, den man eh heute hat. Sind also sechs plus, wenn man den von gestern hatte, sind sieben. Und aus sieben Raids hat Pupsi auf einem Account vier Shinies bekommen. Vier von sieben. Das ist mega krass. Ich habe vier von 28. Und dann gibt es null von 69 oder so. Und das klingt schon wieder pervers. Deswegen machen wir das Shiny jetzt wieder weg. Und gehen einfach mal ganz kurz durch, dass ihr nochmal seht, wie sich das entwickelt hat. Das war also das Schlechteste vom Honeymew aus dem Fanrate. Das Zweitbeste ohne Wetterbrust. Manche haben Wetterbrust, manche nicht. War dann eben hier von Karisima. Das seht ihr also. Also alle, die ich selber gemacht habe, alle, die ich geradet habe in den drei Stunden, haben Wetterboost. Denn das Getauschte hat keins und das aus dem Fanrate hat keins. Aber alle, die ich gemacht habe, haben Wetterboost. Wir sind leider hier. Das ist das erste von mir selber geradete. Leider an den 10-10-10 vorbei. Denn das wäre auch noch ein Highlight gewesen, das mitzunehmen. Ihr seht, hier steigert es sich dann langsam. Da ist überall am Fangort Meiningen dran. Da steht auch nichts anderes mehr dabei. Wir sind immer noch bei zwei Sterne. Zwei Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne, drei Sterne. Das erste mit drei Sternen. Sieht aus wie eine Treppe. 10, 13, 14. Dann steigert es sich natürlich weiter. Die müssten jetzt alles. Es ist auch eine schöne Treppe. Es geht kunderbunt hin und her. Ein Drei-Sterne-Shiny. Da haben sich auch natürlich viele gefreut. Und Brandon Ten hat gepostet auf Twitter wieder mal. Da sind die Bilder rumgegangen. Der hat zwei Schundos bekommen. Also zwei hundertprozentige Shinies nach 19 Rates. Eins nach 6 und eins nach 19, glaube ich. Oder 6 und 15. Das ist auf jeden Fall mega brutal. Ihr seid auch gefragt, natürlich. Wie viele Rates habt ihr gemacht? Wie viele Shinies habt ihr bekommen in euren Rates? Und was ist euer Bestes, was ihr bekommen habt? Ich bin damit so zufrieden. Hat eigentlich ein bisschen Spaß gemacht. Beim nächsten Mal würde ich aber trotzdem wieder von unterwegs streamen. Und wenn dann eben zwei, drei Leute kommen und sagen, kannst du einladen? Ich will auch mitmachen. Dann nimmt man die eben mit. Jetzt hat man ja versucht, auch bei Rates für Zuschauermäßig dort den Leuten was zu bieten. Aber es waren drei, vier, vier. Vier Leute waren insgesamt dann dabei. Die meisten haben nur einen Raid gemacht. Und das war es dann für den Pokédex-Eintrag. Es waren aber genau vier Leute dabei, die sich dann auch angestellt haben, die ich nicht einladen konnte, weil sie ihr Fanrate-Limit erreicht hatten. Heute war ja das Besondere, dass du statt fünf Fanrates, was die Reduktion ist, zehn machen konntest. Aber diese zehn waren bei den meisten auch schnell erreicht. Ich hätte gerne viel mehr Einladungen angenommen von anderen, um zusammen mit denen zu spielen. Habe es aber nur einmal getan beim Honey Mew. Und das war schon zu viel, weil da kam auch das Schlechteste bei raus. Was dann aufgefallen ist, dass es einige Orte aber auch gab, wo es nach 14 Uhr noch weiterging. Normalerweise also 11 Uhr bis 12 Uhr eine Stunde. 12 bis 13, 13 bis 14. Und dann ist alles weg. Es gab aber Orte, wer den Stream gesehen hat, hat er es auch gesehen, da ist 14 Uhr, ging einfach nochmal eine Stunde neue auf. Die können also von 14 bis 15 Uhr nochmal raiden. Warum? Weiß das jemand? Schreibt es mal in die Kommentare. Keine Ahnung, was da wieder los war. Und ich muss sagen, diese Aufteilung in dreimal eine Stunde ist auf jeden Fall viel besser. Das haben auch viele im Stream nicht gewusst oder hatten das nicht auf dem Schirm. Weil die haben gesagt, wie lange geht das Ganze? Und kommt dann wirklich noch ein Raid? Bist du dir sicher? Ja, früher war es so, da ist überall der Raid aufgegangen. Und da war der Counter von drei Stunden und drei Stunden lang saß das auf der Arena. Wer da wirklich die drei Stunden raiden wollte, musste so weit fahren, bis er noch eine Arena irgendwo gefunden hat, die er noch nicht hatte. Jetzt konntet ihr, wenn ihr eine Heimarena habt, nicht nur einen Raid an der Heimarena machen, sondern gleich drei, weil ja nach der Stunde der weg ist und der nächste dort aufgeht direkt. Ihr konntet also, wenn ihr nur eine Arena bei euch im Dorf habt, trotzdem drei Raids machen. Und das ist eigentlich eine gute Sache, ein gutes Feature. Da muss man eigentlich mal auf die Schulter klopfen und sagen, das ist cool gemacht. War früher nicht so. Man könnte also immer eine schöne Runde laufen und nach einer Stunde kann man nochmal laufen und dann nochmal. Man bewegt sich im Kreis und bewegt sich in kleineren Gefielen, wo man auch mehr Möglichkeiten hat, dann dass Leute sich da treffen. Wie war euer Raid Day? Schreibt es mal rein. Mir hat es Spaß gemacht. Das Ding ist wahrscheinlich nicht nützlich und kann nichts. Da könnte man ganz kurz gucken, wenn man auf Power abdrückt, wie hoch das so kommt. Drei, fünf? Okay, 444.000 Stau braucht das genau. Sonst war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out for out. Euer Ramses.